Hallöchen, liebe Freunde, und wir spielen wieder Strongholds. Ja, die nächste Mission steht an, und das heißt wohl Zähne knirschen. Mission 20 mittlerweile. Mal sehen, wie viel da noch kommen werden. Und los geht's. Wer knirscht die Zähne? Ich hoffe, nicht ich. Hm. Da es mit der Herrschaft des Wolfs offensichtlich zur Neige geht, lehnen sich immer mehr Raffschaften gegen seine Gefolgsleute auf und unterstellen sich eurem Banner. Das sind ja gute Neuigkeiten. Herzog Borega mag euren Vater in die Falle gelockt haben. Doch ich war es, dem das Schwert in den Magen gerammt hat. Wenn es euch noch immer nach Rache dürstet, wisst ihr ja, wo er mich findet. Pff, das war ein ziemlich gammisches Loch, hm? Auch wenn ihr immer noch nichts von Sir Longarm gehört habt, seid ihr fest entschlossen, den Tod eures Vaters zu rechnen. Und ihr befehlt euren Truppen weiter zu marschieren. Bei der Ankunft in der nächsten Grafschaft erreicht euch eine Nachricht von Sir Longarm. Ja, und die wäre? Ich sagte doch, ihr sollt behutsam vorgehen. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Im offenen Gelände habt ihr gegen den Wolf nicht die geringste Chance. Sucht Schutz in seiner verlassenen Burg und haltet ihn zurück, bis ich mit Verstärkung zu euch stoßen kann. Ich habe bereits einige Mann in das Gebiet vorausgeschickt, um mit der Befestigung der Burg zu beginnen. Ach, Dummheit, aus Rache, Durst. Baut eure Streitmacht und die Burg selbst aus und haltet die Stellung, bis Sir Longarm mit Verstärkung eintrifft. Ihr müsst euch gegen die gesamte Armee des Wolfs verteidigen. Das wird die größte Belagerung, die ihr jemals erlebt habt. Setzt Ritter ein, um Ausfälle zu machen. Ach du Scheiße. Puh, das hörte ich jetzt. Das macht mir Angst. Hilfe. Größte Belagerung. Was? Okay. Für diese Aufgabe benötigen ihr viele Steine, um alle von Feinden verursachen Schaden zu beheben. Da die Nahrung beschränkt ist, solltet ihr auf den verfügbaren Flachland so viele Farben wie möglich errichten. Ähm, okay. Setzt Ritter ein, die sich von der Burg aus aufwachen, um feindliche Belagerungsgeräte zu zerstören. Ah, ja. Hm. Die haben mich eben schon mal genervt, wo sie meinen Tod schön zerstört haben. Naja, eben besser gesagt, in der letzten Folge. Zinneknisch, ne? Der Stall. Hier werden die Rosse ihrer Ritter versorgt. Wenn sie einen Stahl haben... Ach, Stall. Äh... Faceball haben, werden dort Hengste gezüchtet, die sie dann im Kampf einsetzen können. Es müssen Zeit... Was Streitrosse in ihrem Stall stehen, damit sie in ihrer Unterkünfte Ritter rekrutieren können. Jeder Stall hat für vier Pferde Platz und kann bis zu vier Ritter unterstützen. Was? Nur vier? Da sitz ich aber nicht viele an, irgendwie. Naja, die sind... Wohl aber mit die beste Einheit würde ich mal überhaupt einen schnell zerrost... und trotzdem stark gepanzert... äh... gute Rüstung holt. Ah, der Wolf eben. Was für ein lächerliches Lachen. Muss ich grad so dran denken nochmal. Ich habe jetzt hier so ein richtiges diabolisches Lachen erwartet. So... so war es naja ich hoffe das war jetzt überzeugend als der das war ja lächerlich und los geht's aber mehr um mal Geschwindigkeit unterstellen um ein paar Pechfelder und sage ich mal jetzt einfach dazu weil die Karte ist wieder nicht ganz so groß dann Eisner Turm okay so kann man es auch machen und dann ringt rum umgezogen äh interessant dieser war viel Flachland also nicht so das über sich eben die das war ja so eng naja okay in der Hauptburg habe ich jetzt auch nicht so viel wie können wir helfen ich weiß noch nicht wie ihr mir helfen könnt ist mir denn noch zu helfen das ist die frage 32 naja überzeugend ist was anderes ich habe schon einige Gießer sage ich mal heiß wie die Hölle also ich muss jetzt wieder nur durchhalten ja beseitigen ja die greifen ja selbst an da ist auch nochmal abgesichert oh und da hinten ach du ist aber auch nicht viel Platz naja gut ich werde aber jetzt naja okay warte warte wo ist ein als allererstes Holzfällerhütten das hier ein bisschen Platz noch geschaffen wird zum beispiel auch zum beispiel auch da kann ich noch da und und der Rest hier noch geht da noch was da geht noch da eins hin nach das ist ja schon was anders Mist ich hätte die naja okay das sind Bäckereien okay eine Botschaft des Wolfs was jetzt schon deine Männer sind im Anmarsch ihr werdet mir keine Sorgen mehr machen oh ich stehe zu Diensten es werden Reaktionen die Zeit puh dann baue ich mal schnell noch eine Hütte wo baue ich die hin da hinten in die Ecke einfach naja ich hab ja schön viel wo kommt das auf einmal her es werden Rekruten benötigt Seier schönes Ding und so viel Gold das Volk huldigt euch Seier unsere Schatzkammer lehrt sich eine Schatzkammer lehrt sich und so viel Nahrung unsere Schatzkammer lehrt sich ach komm da kann ich ein bisschen hier ich brauche hier ein bisschen Goldzufuhr noch ach da kommen sie langsam runter ja das wird noch die brauche ich nämlich wenn sie gleich hier wo ist denn eigentlich ein Stall müsste ja eigentlich hier auch irgendwo ein Stall höh wo sieht man hier einen Stall ach da vorne ja da könnte ich noch einen Stall bauen wo ist denn der drunter ist der hier drunter ne hä bin ich jetzt blind oder so äh hallo Stall bin ich ähm hä ok wo ist denn das drunter Freunde ach ach Gott wir vermuteten das da drunter bitteschön also ganz im Ernst hier wie lautet der Plan wie lautet der Plan in den Sattel Sattel die Truppen des Wolfs greifen an zu Befehl zu Diensten steigt auf Brüder auf die Rösser auf die Rösser genau da könnte ich aber auch mal ein bisschen mehr noch gebrauchen außerdem warte das hat mir ja letztes Mal wo habe ich es denn noch ein bisschen hier davor das hat mir ja letztes Mal ziemlich den Arsch gerettet das Pech ja was soll konstruiert werden hey wo ist denn die ganzen Ambruststücken so da kommen sie noch weil die will ich noch da hinschicken die sind doch besser gegen Rüstung oder war das nicht so wo ist denn jetzt ach da unten ah ok ach fuu Hilfe die Klingen sind geschärft sie haben keine Chance ach man ich steppe hab vergessen Wegweiser zu gucken wo der überhaupt ist eure Befehle Pfeile bereit die Pferde sind gesattelt boah Tunnelgraber scheiße los auf sie gegenwehr ist zwecklos oh verdamm ich sie haben keine Chance schnell zerstört es die Ritter sind echt praktisch scheiße aber da haben sie schon und los nein verdamm ich eure Beliebtheit sinkt wie lautet der Plan auf sie auf sie in den Sattel gegenwehr ist zwecklos auf sie sie haben keine Chance das macht mir schon Spaß mit den Ritten äh warum ist das Ding hier jetzt einfach umgekippt das hat doch noch Leben gehabt für die Ehre los los tötet sie ah es ist meine Miene steigt auf Brüder auf die Rösser in den Sattel bin zur Stelle bin zur Stelle Boden gespannt zu Befehl auf sie sire nein ja feuer gefährlich viel zu diensten gegenwehr ist zwecklos steigt aus sie haben keine Chance Waffen geschultert Waffen geschultert ey warum geht das dann nirgends wieder wieder ach jetzt hauen die schon wieder ab oh fuck machen sie mir da auch noch alles kaputt natürlich ich hasse euch ich hasse euch kann ich da noch schnell reparieren hier ja geht's ach Gott wer schreibt mich da schon wieder an kann man hier nicht mal in Ruhe aufnehmen Alter darf ich sagen dass ich euch hasse eure Befehle Pfeile bereit Aaaaah jetzt haben sie mir meine ganzen pfuuu da kann ich nicht zufällig hinbauen da oben kann man auch was hinbauen ah nice und paar Pferde Waffen benötigt sein wir sind bereit es werden noch benötigt sein alter krass bin zur stelle Bogen gespannt die haben sich aber lange überlegt hm ich brauch da dringend ein gebt uns eine Aufgabe mit verbrannt sonst noch irgendwo irgendwo waren doch noch Feinde wo sind die jetzt hin wo sind die jetzt hin da kommen sie nicht durch gut gut wir sind bereit es werden Rekruten bemötigt sein hohoh zack gut 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 ja komm den noch naja jetzt brauch ich es auch nicht mehr wow wow das nenne ich doch mal ne Streitmacht reparieren so haben sie immer noch nicht besiegt schützen bereit ziel angepeilt wir sind bereit greift an Brüder ups egal zählt den doch endlich den brauchen die denn boah endlich eine Botschaft des Wolfs was ach das war echt schon so viel so jetzt mal schnell hier wieder was neues bauen ich brauche ähm andersrum nachher ist wieder scheiß abholplatz wo ganz falsch was mehr geht mal wieder nicht wie mies so zack zack das sollte erstmal reichen ähm bleib stehen einer für alle einer für alle äh ne wie war das ihr habt mir viel Ärger bereitet und nun werdet ihr dafür zahlen ich will aber nicht dafür zahlen was 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 kann ich hier eigentlich könnte ich tatsächlich da wäre auch noch Platz für sowas es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden ja das lässt sich ändern habe ich irgendwo auch einen Marktplatz habe ich noch gar nicht nachgeguckt doch da habe ich da einen Marktplatz zum Beispiel zum Beispiel und das ganze könnte ich doch auch einzäunen hier das müsste doch theoretisch möglich sein oh ich habe aber kaum Stein noch mh verdammt ja einfach zu wenig Zeit dafür was wünscht ihr mein Bogen ist euer Mangelbereit seit mein Herr ja und dahin ach da sind auch noch welche und marsch oh verdammt wir sind die zack es war nicht das zwecklos sie haben keine Chance wir folgen euch welchen Weg sei er zu Befehl für die Ehre ja es greift ein Dorn haha da sind sie auch schon mal weg stets zu diensten sie haben keine Chance für die Ehre die Ritter die gefallen mir richtig gut auf sie Attacke ja nicht so viel aus und schnell alles perfekt die beste Einheit boah diese Penner haben mich schon wieder zerstört wie soll ich denn da gleich hätte ich überall sein wir stehen zu dienst ich glaube ich muss das mit denen bewachen die Klingeln sind die Klingeln sind geschärft Gegenwehr ist zwecklos was wünscht ihr seid gegrüßt die Pferde sind gesattelt was habt ihr vor wie lautet der Plan steigt auf Brüder auf die anderen warten äh welche Richtung schlangen die denn ein what the hell hat meine Klingeln los wow wow was schon rum neun die schon Mission gefärbt besetzt ganz gut ja wird nicht hier dauernd alles zerstört worden sein ahhh pro naja gut und es werden Waffen benötigt sein Achtung ups der Feind ist bezwungen es werden Rekruten benötigt sein yeah geil 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 ich hab's hier wieder nicht verteidigen können man verdammt mich alter und so viel coole Sachen unsere Lebensmittel vorräte wachsen naja hä warum hab ich ich hab doch hier in der Obstfarmen gebaut ja was damit ach ne hopf oh nein ich hab Hopfen da angebaut oh damn eine Botschaft des Wolfs das ich bin ja nur blöd hätte mir vielleicht irgendwer diese Pestbeule vom Hals schaffen wir schwingen aber gut ich mach dann Schluss für heute ja ich werde noch wo erwartet aber außerdem sind ja die 20 Minuten jetzt eh ausgereizt also im nächsten Part hoffe ich schaffen wir das dann ist ja nicht mehr viel und mit meinen paar Rüttern und ich hab hier noch genug ach guck mal was ich da noch vorgehabt hab bis jetzt war die große Belagerung ja nicht sehr groß also ich bin enttäuscht aber gefällt mir umso besser ich hab nicht gerne Spiele also ich spiele ja Spiele sag ich mal damit es mir Spaß macht wenn es mir zu schwer ist ich bin wirklich ich hab ein geringes Fruchtspotenzial ich meine ich reg mich schnell auf bei Spielen muss ich zugeben naja aber das an einer anderen Stelle vielleicht mal oder keine Ahnung auf jeden Fall machs gut und wir sehen uns beim nächsten Mal tschau